Musik Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Heute fahren wir zur Küste und ich muss sehr früh aufstehen und deswegen bin ich noch sehr müde, um mein neues Brett auszuprobieren, das Future Valley Yellow Fish. Und im nächsten Video kann ich schon mal verraten, geht es um meinen neuen Sponsor. Da liegt mir sehr viel dran, weil es geht um Nachhaltigkeit und um unsere Zukunft. Und jetzt sehen wir uns gleich am Strand wieder. Musik Wir sind jetzt am Strand angekommen, es ist relativ viel Wind. Ich baue drei, vier auf und ich nehme auf jeden Fall mein neues Future Valley Bot, den Yellow Fish. Vielleicht kommen nachher noch die Wellen und ich würde dann ja mal sagen, jetzt wird aufgebaut. Musik Wir sind jetzt am Strand wieder. Musik Wir sind jetzt am Strand wieder. Musik Wir sind jetzt am Strand wieder. Musik 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 Wir hatten auf jeden Fall einen guten Surftag mit viel Wind und guten Wellen, aber mit den Handschuhen, das war nicht so gut. Musik Weil wenn man zugegriffen hat, hat man das voll hier unten in den Unterarmen gemerkt. Aber was ich gut finde, jetzt scheint die Sonne. Wir haben Sonnenschein und von den Temperaturen ging das eigentlich voll klar. Wir essen jetzt noch was, setzen uns ein bisschen an den Strand vor den Damm und dann fahren wir nach Hause. Und schönen Tag noch. Musik 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 Musik